Im Video zeigen wir euch, wie ihr beim Golf 6 AUX nachrüsten könnt, am Beispiel eines RCD310. Das geht jedoch bei vielen anderen Radios genauso. Zunächst wolltet ihr euch das Video zum Radioausbau beim Golf 6 angucken. Der Link ist in der Videobeschreibung und wird hier auch eingeblendet. Dann schaut ihr euch zunächst euren Radiostecker an und seht dort, dass es zwei unterschiedliche gibt. Und zwar einmal, wenn euer Auto vor 2010 gebaut wurde oder nach 2010. Links könnt ihr den alten Stecker sehen und rechts den neuen Stecker. Der Unterschied an den beiden Steckern ist, dass der linke alte Stecker von hinten eingeklipst wird und der rechte neue von vorne eingeklipst wird. Ihr braucht also andere Adapter. Wir sehen jetzt, dass wir ganz klar den alten Stecker, also von vor 2010 haben. Dann werft ihr einen Blick in den Lieferumfang und anschließend auf die Tabelle und seht, dass ihr beim RCD310 den blauen Stecker braucht. Wenn ihr den neuen Stecker habt, also den rechten, nehmt ihr den kleinen blauen Adapter und steckt die Kabel dort rein. Wenn ihr wie wir jetzt den alten Stecker habt, dann nehmt ihr den großen blauen Adapter und den kleinen schwarzen. Dann schaut ihr zunächst, wo das erste Kabel rein muss. Also das weiße Kabel muss in diesem Fall in Pin Nummer 7. Da seht ihr es hier nicht so gut, aber die sind durchnummeriert. Und steckt ihn rein, bis er einrastet. So, anschließend schaut ihr, wo das nächste Kabel hin muss. Jetzt in dem Fall das schwarze Kabel muss also in Pin Nummer 1. So, und das Massekabel muss, also das graue Kabel muss in Pin Nummer 2. So, wenn das alles richtig verkabelt ist, sollte das so aussehen. Anfließend steckt ihr den schwarzen Stecker in den blauen Adapter, damit ihr das in den alten Radiostecker einstecken könnt. Der Stecker passt nur an der linken Seite, also könnt ihr da auch nichts falsch machen. Einstecken und dann könnt ihr AUX rauskommen lassen, wo ihr wollt. Im Handschuhfach oder in der Mittelkonsole, da könnt ihr dann selbst gucken. In manchen Fällen muss in eurem Radio AUX noch freigeschaltet werden. Dazu seht ihr auch ein Video hier in der Beschreibung und im Video eingeblendet.